BrightLogic ist ein von Brightwell Dispensers für Wäschereien entwickelte Produktreihe elektronischer Dosiersysteme für Chemikalien einschliesslich Zubehör. BrightLogic Systeme sind weltweit bekannt. In Sachen Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und einfacher Bedienung sind wir Marktführer. Im Video sehen Sie einige der wichtigsten Funktionen. Das gesamte BrightLogic Dosier-Geräte-Programm ist mit bürstenlosen Motoren ausgestattet, um die Lebensdauer der Geräte zu maximieren und die Wartungskosten zu senken. Bis heute haben unsere Geräte im Labor den Meilenstein von 22.000 ununterbrochenen Betriebsstunden überschritten, was gleichbedeutend ist mit etwas über 450 Arbeitsjahren bei einer durchschnittlichen Betriebsdauer von 8 Minuten pro Tag in einer normalen OPL-Installation. Brightwell bietet eine kostenlose Überprüfung der chemischen Kompatibilität und eine Vielzahl von Schläuchen für jede Art von Chemikalie. Die Firmen intern entwickelten ko-extrudierten Brightchem-Schläuche sind aufgrund ihrer doppelwandigen Schlauchtechnik extrem chemikalienkompatibel. Es ist ein Merkmal von Brightwells Kultur, stets die qualitativ höchstwertigen auf dem Markt verfügbaren Komponenten zu wählen. Wir fertigen unsere Leiterplatten selbst und verwenden dafür hochwertige Komponenten und modernste Technologie, einschließlich einer rückstellbaren Sicherung, opto-isolierter Signaleingänge und geschützter Ausgangstransistoren. Dank des genialen, praktischen und einfachen Designs lassen sich BrightLogic-Dosiersysteme innerhalb von Minuten installieren. Die Bedienung des Gerätes ist ganz einfach. Die Schnellverschlusskonfiguration ermöglicht einen schnellen Schlauchwechsel und minimiert damit die Ausfallzeit der Maschine. Brightwell liefert auch smarte Anschlüssele, um die Ansaug- und Förderschläuche an den Pumpenschlauch anzuschliessen. Das spart Wartungszeit und ermöglicht leichten Zugang für die Kalibrierung. Die BrightLogic-Geräte haben auch einen cleveren Testbildschirm für den Techniker, für die Signalverbindungsdiagnostik. Mit BrightLogic können Sie die Programmnamen selbst nach Ihren Wünschen vergeben, was Ihnen und den Endkunden den Einsatz unserer Geräte erleichtert. Sie können aus einer Vielzahl von Bedienungssprachen wählen, was die Navigation durch das Menü erleichtert. Die einzigartige Drahtlos-Funktion der BrightLogic-Systeme für Waschmaschinen wurde entwickelt, um schwer zugängliche Geräte einfacher programmieren zu können. Mithilfe des Brightwell-Funkdongles können Sie Ihre Geräte ganz einfach über einen Laptop programmieren. Die Programmierung bzw. das Auslesen von Daten aus dem BrightLogic-System für Waschmaschinen ist unter Zuhilfenahme der Computer-Software ganz einfach. Erstellen Sie bis zu 20 Programme. Kontrollieren Sie die Dosierung und rufen Sie Berichte innerhalb von Minuten ab. Die Software steht als kostenloser Download auf unserer Website zur Verfügung. Das flexible und modulare BrightLogic-System eignet sich für alle Arten und Größen von Maschinen, von kleinen OPL-Waschschleudermaschinen bis zu den grösseren gewerblichen Tunnelmaschinen und von per Karte betriebenen Modellen zu den modernsten intelligenten Maschinen. BrightLogics cleveres, kompaktes Design sorgt dafür, dass die Geräte in jede Wäscherei passen, selbst in die kleinsten Arbeitsumgebungen. Dank Brightwells patentiertem, reversiblem Getriebe kann das Gerät zwei Produkte mit nur einem Motor dosieren, was die Kosten und den Platzbedarf auf ein Mindestmaß reduziert. Verwenden Sie zusätzliche Pumpenmodule, um Ihr Gerät für weitere Chemikalien zu erweitern. Das Gerät wechselt automatisch auf die korrekte Anzahl von Pumpen. Sie können sowohl OPL-Pumpen als auch Pumpen mit hohem Durchfluss hinzufügen. In unserem Firmensitz in Großbritannien finden regelmässig Schulungen statt und Sie sind herzlich eingeladen, an einem umfassenden technischen Lehrgang zu unseren Systemen teilzunehmen. Wir können Trainingsupport auch vor Ort anbieten, um Techniker hinsichtlich der besten Möglichkeiten zu beraten, sodass sie die Vorteile unserer Dosiersysteme in ihren Installationen nutzen und folglich die Kapitalrendite maximieren können. Unser Verkaufsteam nimmt regelmässig an technischen Schulungen für unsere Dosiergeräte teil, um Ihnen den bestmöglichen Service zu liefern. Brightwell hat sowohl Ansaug- als auch Spülverteiler entwickelt. Während die Ansaugverteiler Ihnen die Verteilung an bis zu 10 Dosiergeräte aus einer Chemikalientonne ermöglichen, nutzt der Spülverteiler Wasserdruck, um Ihre Wäschereichemikalien zu verdünnen und über größere Abstände zu befördern. Die BrightLogic-Geräte können im Relay-Betrieb oder mit einem Programmiergerät für die Programmwahl benutzt werden. Der an der Vorderseite der Waschmaschine montierbare Programmswähler zeigt die Beseichnung des Waschprogramms an und kann zum Starten und Stoppen der Pumpen benutzt werden. Unser Ansaugstab ermöglicht Ihnen die Verteilung an bis zu drei Dosiergeräte aus einer Chemikalientonne, was für eine einfache und übersichtliche Installation sorgt und gleichzeitig die Baugruppe verstärkt. Der an ein Dosiergerät angeschlossene oder mit einer eigenen Stromversorgung versehene Alarm für niedrigen Füllstand überwacht bis zu 10 Chemikalien über die Ansaugstäbe. Wenn eine Chemikalie beinahe aufgebraucht ist, aktiviert ihr einen Summer und ein Blinklicht, um das Personal der Wäscherei auf diesen Umstand aufmerksam zu machen. Dank des hohen Grades an Qualität und Technologie, der in das Design und die Fertigung des Programms der BrightLogic Dosiergeräte einfließt, kann auch Ihre Wäscherei alle Vorteile eines zuverlässigen, flexiblen und rentablen Systems nutzen. Vielen Dank.